Wir befinden uns in Penren oder Tongarewa auf den nördlichen Cook-Inseln mitten im Pazifik. mit den Kopf-Inseln im Pazifik. So, alles erledigt, custom, biosecure, immigration, everything. Wir haben einen Fisch geschenkt bekommen und der Michael darf ihn filetieren, der hat den Seckpods. Erster Landgang auf den Cook Islands, Tonga-Rewa. Die Hauptstraße von Umoka. Hier auf dieser Seite in Umoka leben momentan 180 Bürger und dann gibt es auf der Ostseite noch ein Motu, da leben noch mal 40. Und wir sind sage und schreibe das dritte Boot in diesem Jahr, was hier angekommen ist. Vor uns noch ein Segler und ein chinesischer Fischer, der hat Diesel gebracht für die Generatoren. Das ist Einsamkeit. Das ist ein Teil der Energieversorgung hier von der Insel und der Funkmast. Ah, das ist Service. Das Landungsboot mit nagelneuen Motoren passt hier irgendwie nicht so in die Gegend, finde ich. Wir nehmen heute hier den Greck und zwei Locals von der anderen Seite ist das Holz und wieder rüber. Ich würde jetzt mal an der Seite aussteigen. Nach drei Stunden schlängeln durch die Korallenköpfe fällt der Anker vor die Tautua im Osten des Atolls Penry. Leider möchte der Außenbordmotor nicht mehr so wie der Frank das möchte. Er ruckelt unter Last und jetzt wird hier verzweifelt gebastelt. Oh, das ist eine gute Idee, was der Frank hier alles hat. Eine Stanzmaschine. Währenddessen sortiert die Annette, ich glaube, das fünfte Mal unser Gepäck. Ja, bleibt nicht so viel von über, glaube ich. Oh, da freut sich der Michael. Er muss ja nicht so viel tragen. Erster Landgang auf der Ostseite des Atolls vor dem Dorf Tautua und wir werden gebührend begrüßt. Musik Musik Wir haben vier Brotfrüchte geschenkt bekommen. Und heute gibt es Brotfruchtbrei. Mit Würstchen. Bratwürstchen, ja. Das Pfeif mit 35 Knoten. Wir haben jetzt noch mal schnell die Kette rausgelassen. Das ist gerissen. Leine gerissen. Leine gerissen. Leine gerissen. Die Knoten. Der Harneboot ist abgerissen vorne. Das macht er neu in der Hand der Frank. Es sieht schon sehr ungemütlich aus. Die Knoten. Das wollte ich dir. Ich bin dran mit 35 Knoten Leine gerissen. So ein Mist filmst du dann. Ja, ja, gut. Oh, jetzt hat es aber eben ganz schön gestreckt. Ja, das ist gut. Ihr seht es bestimmt, heute ist Sonntag und der Kirchgang ist angesagt. Alle machen sich hübsch. Oh, die Ladies. Fantastisch. Der Michael hat auch seine Ausgehuniform angezogen. Jetzt kann es losgehen. Ja, nochmal einen Blick auf Doro. Du bist ja der Star der heutigen Kirchengemeinde sein. Jetzt kommt der nächste Star. Ja. Na, super, oder? Boah. Auf geht's. Eine hervorragende Anlegestelle fürs Ding. Da wurden wir gleich in Empfang genommen. Und leider wurde mir auch gesagt, dass ich also in der Kirche nicht filmen darf. Also ich kann euch keine Videos aus der Kirche liefern. Und da ist die Kirche. Da wird schon fleißig gesungen. Ja. 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 Na, hier ist die Fleischversorgung. Aber mit euch ist ja noch nichts los. Ihr seht ja eher ein bisschen mager aus. Ja, die wären noch wärmer. Das ist bestimmt die Mutter da unten. Auch die hier brauchen natürlich eine Müllhalde. Kirche ist vorbei. Der Sonntag ist jetzt hier eingekehrt. Ich muss sagen, also der Gesang war richtig toll. Es hat mir sehr gut gefallen. Der Rest der Predigt, das konnte man natürlich alles nicht verstehen. Wir wurden aber auch begrüßt auf Englisch und willkommen geheißen. Und man hat uns gedankt, dass wir hier waren. Aber nach der Kirche sind alle so weggegangen. Ich hätte jetzt gedacht, dass man da noch mal ein bisschen steht und sich irgendwie mal unterhält. Oder die Fragen woher, wohin. Aber das war leider nicht der Fall. Oh, der will der Frank am liebsten gleich Hand anlegen und das Ding wieder zum Laufen bringen. Das alte Generatorhaus hat seine Zeit hinter sich. Das ist völlig unverständlich, warum die Häuser hier verfallen lassen, wenn die Leute wegziehen und sich dann lieber ein neues bauen. Man muss ja alles Material hierher schaffen. Das verstehe ich nicht. Da ist die Schule für die neuen Kinder hier. Sieht auch relativ neu aus. Die Annette macht das, was man am Sonntag auf Tongarewa so macht. Entspannen und in die Kirche gehen. Oh, wir versuchen hier den Außenbordmotor zu reparieren. Der 15 PS Motor, der läuft. Obwohl das eigentlich gar nicht geht mit diesen Zündkerzen. Aber der 40 PS Motor, der springt zwar an, läuft auf voller Drehzahl, aber dann geht er immer wieder aus. Jetzt haben wir schon mal die Zündkerzen angeguckt. Die sehen zwar scheiße aus, aber funktionieren noch. Und jetzt vermuten wir mal, dass das der Vergaser ist. Der Inselmechaniker bei seiner Arbeit mit seinem Werkzeug. Er läuft nur kurz und geht wieder aus. Und wie ihr seht, sind um uns herum hier die Sandtraum. Die guckt mir nicht zu. Die guckt mir nicht zu. Neugierig sind die schon, die Burschen. Ja, die sehen das. Die wissen immer, dass wenn die reinkommen, kriegen die einen Fisch. Oder wenn die was schmeißen, auch rausschmeißen. Und heute gibt es keinen Fisch. Und heute gibt es keinen. Und Michael macht eine erste Fahrt mit dem Kajak. Ein kleiner Zwischenstopp am Außenmotor auf unserer Kajaktour. Hunderte von Fischen. Und da schlagen die Wellen gegen das Außenriff. Und da libera'e, te papata'i'e. und da draußen gibt es nicht. Für die macht sind nicht das andere Stellen. In der Lagune ist es herrlich ruhig. Schöne Kanutour gemacht. Wir wissen auch, dass wir jetzt den Müll hierher bringen können. Der wird hier verbrannt. Wir sind heute bei Rio. Das ist sein Haus. Er arbeitet auf Rarotonga. Das sieht man. Weil der verdient schon ein bisschen Geld. Und hat ein schönes Haus sich gebaut. Sehr schön. Und das ist die ganze Familie. 1948. Wir wollen uns heute hier seine Wasserpumpe angucken. Die scheint nicht mehr zu funktionieren. Das ist Rio. Und das sind die Pumpen. Machen wir mal schauen. Wir prüfen erstmal den Durchkrank. Zur Belohnung gibt es was zu essen. Nächste Pumpe ist repariert. Jetzt geht das hier wieder mit der Wasserversorgung. Nachdem wir die ersten zwei Pumpen repariert hatten, wurde uns erst einmal ein Mittagessen aufgetischt. Und manchmal gab es auch ein paar Zuschauer. Koda macht uns ein paar Kokosnüsse fertig. Die haben alles schon ausgetrieben. Und daraus, aus dem Inhalt, kann man Puffer machen. Man braucht dazu nur den schaumigen Inhalt, etwas Mehl zu gleichen Teilen. Und ein wenig Zucker. Es gibt frisches Kokoswasser. Gestern haben wir nämlich sechs Kokosnüsse geschenkt bekommen. Und große Wäsche hatten wir heute auch schon. Also nicht wir, aber die Doro. Nach ca. zwei Kilometern Fußmarsch sind wir am Ende des bewohnten Motus angekommen. Um zum nächsten zu kommen, muss man jetzt hier wahrscheinlich rüberschwimmen. Heute haben wir Red Snapper geschenkt bekommen. Und der Frank, der bereitet die für uns vor. Baksoi haben wir auch geschenkt bekommen. Haufenweise. Heute war nämlich Ernte. Und da gibt es jetzt Special Salat. Salat, genau. Auch die Haie freuen sich, dass es hier ein bisschen Fisch gibt. Oh, die Kokosnüsse-Raspe. Oh, die Kokosnüsse-Raspe. Perfekt. Es hat sich herumgesprochen, dass hier Pumpen repariert werden. Also hat der Pastor jetzt auch ein paar Pumpen vorbeigebracht, die nicht mehr funktionieren. So, es geht weiter. Jetzt sind die Kettensägen dran. Wir haben mit dem Außenbordmotor angefangen. Über Pumpen sind wir bei der Kettensäge gelandet. Der Frank, der hat richtig Spaß. Ja, und was kann ich sagen. Auch heute werden wir wieder versorgt zum Mittagessen mit Kochbananen. Auch Bananen. Das Inselbuch, da stehen wir jetzt auch drin. Unser Eintrag ist tatsächlich das zweite Schiff auf Tongarewa gewesen dieses Jahr. Auch bei der Kettensäge. Auch bei der Kettensäge. Dass nicht die Kettensäge ausbreiten ist. Dann sind die Kettensäge. Und die Kettensäge hat langsamer. Aufstehen, der Kettensäge f codeln. Ich habe das Gefühl, die Kettensäge f proyecto. Musik Musik Hier werden die Fensterüberdachungen gestrichen, schön in Pink Panther Farbe. Da wird zugeschnitten, Farben gemixt. Das ist das Leben auf Tongarewa. Und es wird sogar Gras geschnitten. Hartus gearbeitet bei mir. Musik Musik Nach 15 Tagen am 15. Mai verlassen wir De Tadua auf der Ostseite des Atolls und fahren wieder rüber nach Omaku. Wir haben leider kein Wetterbericht. Es ist seit Tagen hier kein Internet. Die kompletten Cook Islands sind abgeschnitten vom Internet. Es gibt keine Nachrichten. Das Ersatzteil sollte eigentlich eingeflogen werden am Freitag. Aber der Flieger kommt wohl auch nicht. Und so sieht das aus hier im Paradies. Durch das ganze Schwitzen kriege ich tatsächlich Hitzepickel. Hatte ich noch nie. Jedes Paradies hat leider auch seine Schattenseiten. Musik Unser Boot Schwarzspitz-High passt immer noch auf uns auf. Musik Anette hat tatsächlich in Omaku das Meteorologische Zentrum in Rarotonga erreicht und den aktuellsten Wetterricht bekommen. Somit konnten wir am 16. Mai den Anker aufnehmen und Richtung Manihiki segeln. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020